Bei mir war die Euphorie vorher auch schon da, aber ja, jetzt wo man irgendwie das Trikot einfach auch mal anhat und weiß, es hat auch eine große Bedeutung für einen selber. Man arbeitet jetzt auf die WM hin und ja, ich bin total voller Vorfreude. Letzten Endes wollen wir natürlich mit um den Titel spielen. Dazu muss natürlich immer sehr viel zusammenkommen und zusammenpassen, aber das große Ziel ist natürlich, so weit wie möglich zu kommen. Ich fühle mich total wohl, super Mädels, super Charaktere und es macht einfach Spaß und ich glaube, das ist auch das Wichtige bei so einem Turnier dann. Gerade an der Weltspitze ist es sehr eng zusammengerückt. Ich zähle aber vor allem Frankreich und USA als größte Favoriten. Natürlich gehen wir da hin, um mit dem Titel mitzuspielen, aber wir konzentrieren uns da echt erstmal auf die Vorrunde, weil das wird schon nicht so leicht, sich da durchzusetzen. Deswegen ist der volle Fokus erstmal auf die Vorrunde und auf die drei wichtigen Spiele, die wir da haben.